Die Rettungskräfte sind hier noch voll im Einsatz bei dieser Kerzenfabrik in Mayfield, Kentucky. Es ist ganz klar, dass der Sturm ganz schreckliche Auswirkungen auf das Gebiet hier hatte, insbesondere auf das Gebiet in Mayfield, Kentucky. Für diese Gegend ist das ein verheerender Tag. 110 Menschen sind getötet worden, die während dieses Vorfalls in der Kerzenfabrik sich aufgehalten haben, sind getötet worden dabei. Aber das, was wir hier sehen, ist nur das, was übrig ist von der Kerzenfabrik. Das ist ein regelrechter Ground Zero. Es ist geebnet, das Gebäude. 110 Menschen haben sich während dieser Zeit darin aufgehalten. Und wir wissen eines, das ist ein lokales Geschäft, ein lokaler Erzeuger von Kerzen, ein Familienbetrieb sozusagen, und es kommen immer weitere Opferzahlen rein. Rettungsteams sind immer noch vor Ort und versuchen verzweifelt, Opfer zu finden, die sich noch unter dem Schutt befinden. Und unser Reporter Ryan Breslin schaut sich vor Ort in Kingston Springs, Tennessee, einem weiteren Schauplatz dieses Desasters, die folgen danach genauer an. Hier sind Wände eines Gebäudes einfach niedergeblasen worden. Alles liegt am Grund. Mir ist schon auch richtig, dass es unserem Kameramann gut geht und er den Dreh hier überlebt. Es ist ziemlich schlammig hier. Schauen Sie sich diesen Baum hier beispielsweise mal an, wie der verbogen ist. Und da sieht die ganze Straße hinunter so aus, als der Tornado nach unten seinen Weg vollzogen hat. Hat er eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Es sind auch Dächer abgedeckt worden, offensichtlich. Ich habe vorhin gerade mit dem Feuerwehrleiter gesprochen in Kingston Springs. Im Moment gibt es noch keine aktuellen Zahlen über die Opfer und Geschädigten. Die Rettungscruise selber haben ein großes Problem dabei, das Gebiet überhaupt zu erreichen, da die Straßen größtenteils auch gesperrt sind und zugemüllt mit allem möglichen Geröll. Sehen Sie sich diese Schäden hier mal an. Das ist eine Elektrofirma gewesen auf dieser Straße. Das ist das Bürogebäude, hier auch abgedeckt. Und etwas weiter vorne arbeiten die Rettungskräfte im Moment gerade. Wir sprechen mit Menschen, die in verschiedenen Bereichen der Kingston Springs gerade jetzt. Wir versuchen, wo es die Schäden gibt, wo es die Schäden gibt und wo es die Schäden gibt. Und wo es die Schäden gibt, wo es die Schäden gibt. Maren. Wir arbeiten. Wir arbeiten.